Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde zu einer neuen Folge League of Legends mit dem Sascha. Hallo. Äh, wir spielen wieder hier die typische Uralde-Kombo seit jeher. Äh, eigentlich nicht, aber trotzdem hier Blitz und Jinx. Jihau. Alter, ich darf kein Spezien mehr trinken. Das stellt ihr jetzt irgendwie bei jeder Aufnahme fest. Ja, Mann, ich hab, weil ich halt gerade eben, ich, da ich gerade irgendwie voll immer den Zucker brauche, damit ich durch den, dass ich durch den Tag komme, brauche ich gerade voll viel Zucker, weil ich immer voll früh aufstehe. Voll früh, armes Pott-Pott. Fuck you, Sascha. Weißt du, ja, Arbeit, Arbeit. Ja, manche arbeiten halt mehr als du, du, Pisse. Wann ist um voll früh? Voll früh ist um fünf, weil ich gehe ja zum Morgen immer noch mit dem Hund. Oh. Wann stehst du auf? Ja, auch fünf. Also, kannst du mitkommen, wenn du mit dem Hund eine Runde gehen? Ja, ein bisschen weiter weg. Ah, was? Easy going. Stehst du mal um zwei auf, fliegst dir runter, dann lauf mal eine Runde mit dem Hund und dann kannst du wieder hochfliegen. Easy. Ah, hopp, 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 hopp. Das Zeithauser der Menschen ist zu Ende. Alter, hey. Das gibt's ja wohl nicht. So viel Kohlensäure ist ja in der Spezi doch nicht drin. Das gehört alles zum Blut. Tschüss. Lee. Pass auf, jetzt warten die hier im Busch auf uns und killen uns instant. Ich wohne rüber. Mach das. Aber was können noch mal die Pflänzchen von der... Das mag gar nichts, wenn sie ihre Dingeskirchen drüber setzt, werden da solche Pflanzen daraus wie angreifen. Oh, sie hat mit einer Stun angefangen. Ja, mit was fängt man sonst an? Oh, mit der Q eigentlich. Oh, das geht flott, das geht flott. Ja, so hat man richtig viel Leben, sagst du. Wie viel Leben hat er denn? Ich kann gerade nicht gucken, wo's da ist, hätten. Wenig. Meinst du, ich kann schon mal graben, oder? Na, jetzt im Moment vielleicht nicht. Alter, der Thunderlords, hey, macht einfach so'n Damage auf Jinx immer. Aber das Zone zieht gut weg. Gefällt mir. Ich mach überhaupt nichts. Ja, genau das ist ja die Sache. Die haben Angst vor dir. Ja, stell dich ruhig da rein, das ist vollkommen okay für mich. Fertig. Boah, dann noch mal kurz River. Jo. Oh, echt jetzt? Ah doch, ich hab den hinten noch gekriegt sogar. Und was bringen die Lila an dem Pflanzen jetzt? Oh, das sind die halt einfach nur bull und hübsch. Unterschiedlich, auch. Gehen wir noch nehmen den Keks hier. Eis. Da ist der Woli Top, ne. Gerade Woli. Immerhin nur execute. Kein Kill für den Timo. Und wenn ich nicht verstehe wie das geht. Vielleicht da war kein Head drauf gesetzt. Das war nun aber dezentens Play für Timo. Das war nun aber dezentens Play für Timo. 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 Zählen die eigentlich auch ein bisschen wie Minions, die Pflanzen? Ich weiß es nicht. Du hast ja doch mal gespielt. Ja, was weiß ich denn, Alter. Als wenn ich jetzt die Materie von Zyra in- und auswendig kenne. Klar, Alter. Ah, du musst ja in der Zone sein. Kann ich jetzt langsam mal grabben? Ja, ja, klar, hau rein. Ich bin ready to rumble. Gut. Ja, der Knock-Up sollte schon da sein, weil dann hätte ich es ja nämlich gekriegt. Ja, das war alles cool. Ja, ne, weil dann hätte ich nämlich meine Schnappe runter sitzen. Ja, ich war gestern. Scham mich an. Sie haben, du Vogel. Achso. Ja, gut. Das hab ich nicht gewusst. Ich setz mal wieder ein Wort. Keine Panik! Wububububububububububub. Die Zyra ist schön low, wenn wir die nochmal bekommen. Nö, egal, wenn du bekommen. Oh, lol. Hauptsache, du stirbst nicht. Das ist ein sidestep, ey. Oh, das ist schön. Jetzt Cranky ist mal wieder ein Supporter ein bisschen mehr Leben hat. Auch schon im frühen Level. Du hast Leona vorhin gespielt. Ja, aber die war trotzdem ein bisschen squishy zu beginnen. Der hat zu Anfang nur 700 Leben gehabt oder sowas. Der Nitzcrank hatte immerhin 920. Alter, da hast du so viel Leben wie ein ADC als Leona am Anfang. Ah, ist schon krass. Alter, trampel mal über die Pflanzen drüber. Das ist deine Aufgabe, Sascha. Bitch. Alter, euhm. Nö, blä 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 blä. Sascha. Hä. Läuft da einfach ganz easy da rum ey. Machen wir halt nix. Vomirn. Oh, bla, bla bla. Oh, Läufers. der war jetzt nicht zu bringen Ach Na gut, Zyra, danke Lucian geht auf die Seide, Zyra geht auch nur an seine Stelle nicht, okay Ey Pflanze, so machen wir das nicht Haben die nochmal im Jungle? Die auch noch, richtig Ja, da müssen wir vielleicht ein bisschen aufpassen, das ist ein nervig im Jungle, finde ich Grab incoming Okay, jetzt danach mein Grab gekontert Nee, du hast die Pflanze gegrabt Achso, ja, gut, das kann sein Und dann weißt du, dass die Pflanze als Minion gilt Ja, aber sie wurde nicht gepullt So, trotzdem bin ich hängen geblieben Können wir? Klar, immer Ja, passt Oh, äh Komm, 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 komm Kommst du weg? Ich ja Ich auch Jetzt dich ja? Jaja, alles gut Oh, komm, 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 wir gehen mal bergern Ja, fast Einfach mal aufpassen, Sascha, dass die dich nicht ankriegt Ja, ja, ja Was geht denn mit der Katharina schon wieder auf heute? Ey, wir haben einfach viel Spiel mit viel zu sozialen Leuten heutzutage, Sascha Ja, ja, ja Ich komm zwar bei ein bisschen dem Oh, ich hab keinen Sorry, das war mein Thunderbrotz Ja, passt schon Die sind weggegangen Lass auch weggehen Oder grab mal da rein nochmal, bevor wir weggehen Schade Wow, du bist Du bist verabschied Ja, bitte Ich werde dir jetzt schreiben, warte und die 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 aber das ist gut wenn wir das machen weil ich mir jetzt ein bisschen vor mir giften ließe vorn und mitleinen das soll so doch ich muss formen ich habe keine zeit sagt mir wenn ich ne ulti zünden soll dann hol ich sie weg wie sie kommen ap blitzcrank in coming wenn man es den kegel klaut wo sie nicht ich glaube ihr mehr so oder vielleicht sind sie wirklich jetzt zum beispiel der meint schärfe oder jesus sein main champ und das ist ein faggot weißt du das jungen alles klar kommen direkt klar rinder sascha rinder Ernsthaft Nächstes Mal Slow, ich setze dir wieder vorher, okay Das ist eine bessere Chance als Zettungstreifen Du bist das nicht mal böse gemeint, ich meine Ich weiß wie schwierig Skillshots zu treffen sind Kannst den Den hier auch fragen, wie schwierig Skillshots zu treffen sind Er hat nämlich auch gerade seinen Fall versagt Komm, jetzt hier Schon wieder die Schleißpflanze getroffen Ja Mann Ärgerlich Ja mein Gott, nicht schlimm Na doch, ist Mana Waste dadurch Er hat schon Angst vor dir Er hat einen sehr, sehr gesunden Respekt, sagen wir es mal so Du musst halt aufpassen, dass einfach vor deine keine Pflanzen sind Ich meine, das ist nicht deren Ernst Oh, Ulti Oh, warte mal, ich sollte vielleicht nicht so drin stehen Na, komm mal ran, jung Wenn du unbedingt das wirst Blöde Pflanze Ich geh nochmal back Ja, ja Pass auf Aber schreib mich doch bei Steam an Oh, egal, kann ich jetzt nicht Natürlich Oh, oh, Syrah bei mir Ja, pass auf Ah, fuck, ich bin tot wahrscheinlich Das ist schlecht Ja, so kommt Ja gut, Syrah ist halt einmal außen rum gegangen Passiert Das räumt Yasuo auch auf Der 7-1-Yasuo Alter Na gut, Soorg hat er jetzt auch nicht aufgeräumt Ah, hat er seine Skills nicht getroffen Scheiß Yasuo, weil schnell Madest kann er richtig spielen, der Mongo. I need mana, mana, mana. Wie viel Movement Speed hast du jetzt mit dem Charakter? 360, also Blizzcrank ist auch nicht so schnell. Ich hab nur 350. Ich hab aber auch schon Schuhe. Ich hab auch schon Schuhe. Ja, die Zähne sind allgemein meistens langsamer. Mega dumm. Ey, Sauber, komm. Komm. Boah, die baut hier die Mauer aus Blümchen auf, ey. Junge. Wer ist das da? Die sind, okay. Zertrampel deine Blümchen, Junge. Aber, ey. Oh, da will die sind, komm, lass dich zurückfallen. Okay. Ah, nee, die haben die Blume da. Das ist eh nicht. Ach, du Ficker. Aber gute Grab. Wo macht man das? Ja, ist ja gut. Chill mal. Ach, komm, Mensch. Oh, lol, was? Gute Arbeit. Sascha, ich mach Support-Dreams, aber wird's, okay? Hier unten kommt was. Unten. Ich glaube, ich hab kein Flash. Ich glaube, ich hab kein Flash. Ich weiß nicht, ob das Flash nicht vielleicht ein bisschen früh war. Oh, fuck. Oh, lol. Easy going, Alter. GG. Da ist nur noch das Effekt drauf, oder? Nö. War alles gut. Ich hab mir grad echt überlegt, ob ich einfach meine Ulti nochmal reinrotzen soll. Das hätt ja nix gebracht. War aber uncool, aber ich bin weggekommen. Machst du immer mehr. Nananana, nananana. Oh Mann, meine Schuhe, man hat mich ausgebaut. Läuf wohl nach hinten, da liegt es hin rum. Was geht denn bei ihm? Oh, der Yasuo ist bei ihm, okay. Oh, Gott, ey, das ist alles safe, wenn ich was zu dabei ist. Ich hab zu. Yasuo ist dezent gefeedet. Also dezent ist gar kein Auszug, Alter. 9, 1 ist schon wieder so richtig. Ich weiß nicht, was kann der denn von Katharina blocken? Katharina ist da eigentlich eine Nahkämpferin, oder? Meinst du nicht, dass er dann auch den Dolchwurf mit seiner Wind wohl... Ich weiß nicht, wenn ich's richtig weiß und Ästhetik mal zugehört, aber ausnahmsweise, dann blockt er und geb ich nur Projektile, wenn ich's richtig im Kopf hab. Und ich weiß nicht, ob ein Dagger als Projektil zählt. Es ist aber halt auch echt schlimm, ja, die Japsen-Kombo, die sie hier spielen. Oder was sagst du dazu, Captain Grab? Das ist ein Grab-setzen. Oh, daneben. Ich hab's gesehen. Daneben. So, holen wir mal ein bisschen auf, Jungs, hey. Oh, Ulti. Die Ulti war gar nicht Waste. Die Ulti war gut. Für uns. War gut. Oh, Mann, kill your Penner. Können wir auch mal, wie die ganzen Kills zu holen. Wiseler, hey. Na gut. Lol, was? Da geht halt mein Geld, äh, der Sascha. Das ist nicht gut. Doch, doch. Das ist gut, wenn ich für den tanke. Hey, er hat nen Kill. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ha! Und was mal klar ist. Nö. Weil nö. Ich bin halt erst dran gestorben, nachher an der Seine. Wer läuft denn da rum? Grab. Grab it like it's hard. Oh, Lohin. Oh, Lohin, Lohin. Jetzt hab ich sie wieder. Oh, wie anlag die. Hä, hab ich, ich dachte, meine, meine Schnapper triggern schnell genug, aber irgendwie haben die jetzt den noch nicht rausgehört, warte mal, wie, dann brauchen die denn? Warte, ich brauche alles, 1,5 Sekunden. Gehst du back? Hallo, Sascha, wie warst du mit dem Duschen? Nicht angekommen. Oh, oh, nee, 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 nee. Bluh, äh. Ja, lau. Kannst du vielleicht, irgendwie? Was soll ich denn machen? Mit dem Duschen komm ich auch. Ich wollte gerade echt ernsthaft, hab ich mir überlegt, umzudrehen und Damage zu machen, aber irgendwie. Kommst du weg? Wahrscheinlich nicht, oder? Äh, weiß ich noch nicht. Lass mich. Da kommt der Rape Train. Nein, du tust. Ah, du kommst weg, gut job. Aber pass auf, ich kann der schon, gell? Na gut, damit hast du es geschafft. Nee, ne, ne, hab ich gar nichts geschafft. Hä, warum? Ah, easy. Escape God. Erstmal weint er um, nee, noch hab ich auch nichts geschafft. Ja, eigentlich nicht. Hä, das sind mir nicht. Was du schon längst weg, Sascha, schon lange aus dem Sohn, Alter. Ja, sobald du dieses zu Ding getriggert hast, warst du aus der Sohn. Ich weiß nicht, was wollt ihr das jetzt? Ich wollt das jetzt, das ist Redemption. Alles klar, Alter, der Yasu, der ist, pfff. Ich hab mir mal Red buffen. Life Rack und Bishmana Rack und die haben Drake gemacht. Job. Ja, wir passen mal auf, dass er nicht, dass er gleich zugekommen ist. Bis dahin hab ich den Red schon fertig. Das Schöne ist, ich hab den Timo noch nicht einmal in dem Spiel gesehen. Der bleibt schön, fast immer schön auf seiner Lange. Stimmt eigentlich. Jetzt ist er gerade mit Lange. Ja, dann holen wir den gleich mal weg, oder? Hauen wir ab. Ich bin schon tot. Okay. Hauen wir nicht mehr ab. Ich wollte ihn eigentlich mal begrüßen, verzeiht. Timo, altes Haus. Geht's dir? Wie war dein Sommer? Vielleicht alles zum Nahen, den ich nicht wieder ausgedacht habe. Ich hab dir da schon allein gelassen. Nein, nur, ich bin da. Sascha, du bist nie allein. Nein, allein. Sieh, was haben sie davon, dass man den Crank-Zeit immer bannet? Man weiß halt nicht mal, wie man gegen ihn spielt. Oh, komm. Schade, Mann. Guck mal, wie low der ist, der ja so... Boah, schon wieder die Schleißpflanze getroffen. Äh, Lissin. Äh, oh, oh. Ja, läuft. Easy. Gut, Lissin, warum gehst denn du da so hart rein? Äh, Lissin. Na gut. Ach, den noch. Oh, der Timo kriegt die Kill. Ja, klar. Wie sieht's? Grabst du. Oh, was? Pass auf, da kommt noch mehr jetzt. Geh lieber back. Lass uns schnell den Blue für dich mitnehmen und dann... Ich glaube, der ist gar nicht da. Doch, doch, der spawnt gleich. Nämlich genau in vier Sekunden. Oh, ja. Ja, ich mach sehr viel Damage an ihn. Oh, nein, guck mal. Du weißt, dass die nicht alleine ist? Ja, ja, easy. Okay, gut. Oh, oh. Vielleicht wurde ein Fehler begangen. Ja, das ist schön, Lissin. Geht mir das, Zyra. Ich hab mal gerade einen Munker. Achso, nee, anmächte Frostbundigen hat sie auch was gebaut. Ja, gut. Triple kill, die sind easy going. Ja, weißt, ich war halt auch gute Supporter, ey. Alles klar, alle tot. Alter, das ist so lächerlich. Der Baron Call wird nicht befolgt. Von wem denn? Von dir, nö. Ja, gut, die geben auf. Ja, GG. 5-0 für eine Aufgabe, gestimmt. Report Buckley for Fiat. Ach ja, so kann das doch auch mal laufen. So, so finde ich das doch gut. So komme ich auf meine, meinem Level 30 schneller näher. Wenn wir jetzt noch eins machen, dürfte ich sogar Level 30 sein, Sascha. Okay. Mir fehlen noch eins, zwei, drei, vier, fünf Strichen. Lissin oder der Josu werden eine S bekommen haben? Ja, ich hab auch ein Schlüsselfragment gekriegt. Yeah. Josu, S. Ja, liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Da war mal wieder eine relativ entspannte Folge, auch wenn wir auf der Boote-Lane jetzt nicht so arg viel gemacht haben. Aber war ja ganz cool trotzdem. Ich guck jetzt mal. Ne, ich hab noch ein Schlüsselfragment. Schade. Ja, na, hab ich mal gesagt. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö, tschö.